Hallo Birgit. Hallöchen. Was ist für dich die beste Zeit zum Aufstehen? Na, wann ich gerade munter bin. Morgens Müsli oder Brötchen? Müsli. Mit allem drum und dran. Du erfindest eine Eissorte. Wonach schmeckt sie? Gut. Und nach viel Frucht. Wen würdest du gerne mal interviewen? Hm. Mir fällt nichts ein. Was war die erste CD, die du dir gekauft hast? Ah, das war von einem Freund gestohlene Mozart-Rekwirm. Film oder Serie? Film. Serie Game of Thrones. Beschreibe uns deinen Job in einem Satz. Toll. Was macht dir an deinem Job am meisten Spaß? Dass ich ganz viel mit Menschen zu tun habe. Was ist dein Lieblingsort auf dem DFS-Campus? Mein Lieblingsort? Ja. Mein Büro? Wie oft schaust du? Und der Park. Der neue Park. Wie oft schaust du täglich auf dein Smartphone? Ich hab's dabei. Ganz oft. Nutella-Brot. Mit oder ohne Butter? Gar kein Nutella-Brot. Mag ich nicht. Welche Schlagzeile würdest du gerne mal über dich lesen? Hm. Weiß ich nicht. Gar keine. Brauch ich nicht. Ich bin die Schlagzeile. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was ist das Unnötigste, das du dir je gemerkt hast? Irgendwas, wie schwer Elefanten sind, hab ich aber auch schon vergessen. Wie macht die Kuh? Die Kuh? Die Kuh? Moo. Imitiere dein Lieblings-Emoji. Hihihihi. Dankeschön, Birgit. Hihihihi. 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 Bis zum nächsten Mal.